Wie gesagt, heute Morgen rote ich bei mir, Sorte Agria. Liebe Freunde, der Bauerhaus ist da weiter im Kartoffel roden bei meinem Kollegen. Rote ich diesen Samstagnachmittag Sorte Lady Claire. Der Bauerhaus macht auch Feierabend. Die Maschine ist durchgeschmiert, klar für Montagmorgen. Kartoffeln abgedeckt, die gehen auch Montagmorgen zum Abnehmer. Der Alok. Und die zwei anderen Wagen draussen muss ich auch noch decken. Wir haben heute Morgen von 8 Uhr bis 12 Uhr 30 Boxen geschafft. Eine Boxe ist gut 500 Kilo. So, und dann gibt's Nachtessen. Und jetzt habe ich meine Uhr wieder. 7 Uhr Samstagabend Feierabend. 8 Uhr Samstagabend Feierabend. 8 Uhr Samstagabend Feierabend.